liebes deutschland die straße voller führer alle schreien hitler alle irgendwas mit kroatien und kroatien so dumm deswegen ein geheimnis sage ich hier voraus falsches deutsch durch durch ja ich bin kein schauspieler ich bin kein guter mann wenn hier stelle ist wenn ich so blöde bin also du weißt nur eines sei kein telepater der alle telepathen sagen was das telepathie heißt man ist verrückt man denkt man ist ein telepater und was dem passiert die denke höre höre kroatien umbringen tot tot ach du armer kroatien dumm dumm kroatien kroatien und so leute wohnen hier auf der straße es ist wie die straße ganz einfach ihr müsst euch vorstellen hier ist die straße ich will jetzt nicht sagen welche straße aber die werden es bestimmt sagen weil wir wollen gebracht werden weißt du das sind selbstmörder wird dann höhpern sie nicht also die straße ist so vor allem ein kilometer lang ja ein bisschen länger und dann macht man abflug der hermannstraße rechts und dann zieht sie zehn oder zehn acht acht ab ist die möse im kopf weißt du stickstoff und so weiter keiner kann denken ist volle not weißt du vor oft auf oben bekommen ich habe mindestens keine ahnung so 500 leute k.o. geschlagen um hierher zu kommen ich kam ich kam ich kam aus brandenburg da britz und so weiter weißt du genau den hat sie alter hat die partie gelernt alter jetzt im ernste ich will jetzt ernsthaft ich will jetzt ernsthaft machen ich möchte meinen zehnagel bewegen alter oder ochsen ochsen ochs ochs vom möhren alter interessant ich hab nur gehört alter ich hör zu also die hör zu schon mal nicht kauf ne kauf die hör zu was 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 wäre geil als richtig geiles erlebnis alter hör zu fernseh sender alle leer alle leeres programm weil keiner mehr sendet das das wäre geil wenn das deutschland kriegt wo weiter